Was ist der allerwichtigste Faktor, um optimale Gesundheit, Energie, Lebensdauer, Lebensfreude und Wohlbefinden zu erreichen und zu erhalten? Ist es Veranlagung, ist es Ernährung, Sport, Wasser, Schlaf, Geisteshaltung oder die Umwelt? Sicherlich sind alle diese Faktoren sehr wichtig, tatsächlich sind sie jedoch alle sekundär, zu etwas, was die meisten Ärzte und Laien vollkommen übersehen. Denk mal nach. Was ist die wichtigste Sache in deinem Leben? Sie ist so wichtig, dass du sie ständig machst, jeden Tag und jede Nacht. Du tust sie unbewusst selbst in diesem Moment, während du dies hörst und liest. Es ist etwas so Wesentliches für deine Gesundheit, Lebensdauer und Wohlbefinden, dass eine Einstellung dieser Tätigkeit, sogar nur für ein paar Minuten, zum sicheren Tod führt. Die einzige und unbestrittene Antwort ist die Atmung. Atmen ist Leben und ohne Atmung kann es kein Leben geben. Alles Leben, pflanzlich und tierisch, von der Geburt bis zum Tod, ist für die Gesundheit, Wohlbefinden und das fortdauernde Dasein vollkommen von der Luft abhängig. Vom mikroskopisch kleinen Mitochondrium der Zelle bis zur Lunge, jede lebende Zelle atmet und ist für die Versorgung von den lebensspendenden Eigenschaften der Luft abhängig. Yogi Ramacharaka sagte, Atmung darf man als die wichtigste Funktion des Körpers ansehen, da tatsächlich alle anderen Funktionen von ihr abhängen. Der Mensch kann eine gewisse Zeit ohne Essen auskommen, eine kürzere Zeit ohne Trinken. Ohne Atmen kann man jedoch nur wenige Minuten überleben. Und nicht nur hängt das Leben des Menschen von der Atmung ab, der Mensch ist zudem auch auf die richtige Art der Atmung angewiesen, um fortdauernde Lebensfreude und Freiheit von Krankheiten zu erhalten. Ein intelligentes Beherrschen unserer Atemleistung wird unser Leben auf der Erde verlängern, indem es uns gesteigerte Lebenskraft und Widerstandskräfte schenkt, und andererseits wird unintelligentes, unbewusstes Atmen dazu führen, unser Leben zu verkürzen, indem es unsere Lebenskraft herabsetzt und uns anfällig für Krankheiten macht. Pranayama ist die altertümliche vedische Wissenschaft der Atmung, wie sie über mehrere tausend Jahre von indischen Yogis praktiziert und perfektioniert wurde. Shaolin-Mönche und Taoisten entwickelten und praktizieren eine ähnliche Kunst als Qigong bekannt. Die letzten paar Jahre habe ich fleißig Pranayama und Qigong gelernt, praktiziert und gelehrt, und ich kann von meiner täglichen persönlichen Erfahrung sagen, dass diese Art der inneren Übung, die bei weitem wichtigste, übersehene und unterschätzte, energiespendende, erfrischende, stärkende, reinigende, ausgleichende, meditative, entspannende, wiederbelebende, Abwehrkräfte steigernde und lebensdauerfördernde Beschäftigung ist, die möglich ist. Der Taoist Shen Xia Zhu sagte, Jeder weiß instinktiv, dass die Atmung selbstverständlich zweifellos die wichtigste Sache im Leben ist. Wie viele jedoch betrachten sie als solche? Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du deiner Atmung? Hast du je Methoden der richtigen und wirksamen Atmung gelernt und praktiziert? Die meisten Menschen gehen mit halber Kraft durch ihr ganzes Leben, mit einem ständigen Mangel an Sauerstoff, sehr anfällig für Krankheiten, bringen sich mit einer flachen, stoßartigen Brustatmung in ihr frühes Grab. Der Mensch hat ungeeignete Methoden des Gehens, Stehens und Sitzens angenommen, welche ihn des Geburtsrechts der natürlichen und richtigen Atmung berauben. Er hat einen hohen Preis für die Zivilisation bezahlt. Der Wilde atmet heutzutage natürlich, es sei denn, er wurde von den Gebräuchen der zivilisierten Menschen angesteckt. Der Anteil an zivilisierten Menschen, der richtig atmet, ist ziemlich klein und das Ergebnis zeigt sich anhand der geschrumpften Brust, gebeugter Haltung und dem schrecklichen Anstieg von Atemwegserkrankungen. Angesehene Experten haben bekundet, dass eine Generation von Menschen mit der richtigen Atmung die ganze Menschheit regenerieren und Krankheiten so selten sein würden, dass man sie als eine Sensation betrachten würde. Ob man es nun von einem westlichen oder einem östlichen Standpunkt aus betrachtet, die Verbindung von richtiger Atmung zur Gesundheit ist leicht zu sehen und erklärlich. Die westlichen Lehren zeigen, dass die körperliche Gesundheit wesentlich von der richtigen Atemtechnik abhängt. Die östlichen Lehrer bestätigen nicht nur, dass ihre westlichen Kollegen recht haben, sondern sagen, dass zusätzlich zu dem körperlichen Nutzen der richtigen Atmung die geistige Kraft, Glück, Selbstbeherrschung, Klarsichtigkeit, moralische Werte und sogar das spirituelle Wachstum der Menschen gesteigert werden kann. Zitat Ende Regelmäßiges tiefes Atemtraining ist überhaupt die beste ganzheitliche Übung und das ultimative vorbeugende Heilmittel. Es entgiftet, säubert und reinigt durch die Lungen den ganzen Blutkreislauf und reichert ihn mit Sauerstoff an, regt das Lymphsystem an, mildert allgemeine körperliche Beschwerden, Schmerzen, Stress, Angstzustände und Depressionen, verbessert Ausdauer, Lungenkapazität, stärkt die Bauch- und Rumpfmuskeln, steigert Aufmerksamkeit, geistige Klarheit und Konzentration, trainiert und massiert von innen Deine Organe, verbessert Körperhaltung, Gelassenheit und Geduld, fördert Lebensdauer und die Regeneration der Zellen, kurbelt das Energieniveau an, erhöht die Stimmung, lässt Glückshormone frei, hilft das Gewicht zu halten, verbessert Verdauung, Aufnahme und Ausscheidung von Lebensmitteln, stärkt Herz, Lungen, Bauchmuskeln und Immunsystem, trägt zu einem tieferen Schlaf bei und ruft die Entspannung in jeder Zelle des Körpers hervor. Nun ein Zitat von Mantak Chia aus Einfaches Qigong Die Vorteile, Deine Atmung zu trainieren, sind tiefgreifend. Die Atmungsweise beeinflusst unmittelbar Deine Lebensqualität. Die Art, wie Du atmest, ist wohl der wichtigste Faktor für Dein Befinden. Denke mal nach, wie die Leute atmen, wenn sie traurig sind und weinen. Sie atmen mit kurzem, flachen Keuchen ein und atmen mit langem Wimmern oder wechselhaften Schluchzern aus. Wenn jemand wütend ist, ist das Einatmen normalerweise angespannt und das Ausatmen lang und kraftvoll. Während seelischer Belastung kann die Atmung tatsächlich so flach werden, dass sie fast nicht existiert. Wenn sich andererseits jemand gut fühlt, dann ist sie ruhig, tief und gleichmäßig. Das Tolle an Atemübungen ist, dass man das Verhältnis auch umkehren kann. Indem Du die Art der Atmung änderst, kannst Du auch die Art Deines Befindens ändern. Wenn Du tief in den Bauch atmest, sendet dies eine Botschaft an den Körper, negative Gefühle in positive zu verwandeln. Tiefe Atmung regt die Lebensenergie Qi an und räumt mit der Trägheit auf. Es ist fast unmöglich, tief zu atmen und gleichzeitig negative Gefühle zu haben. Zitat Ende. Atmung ist der Mechanismus, mit welchem die Lungen den Blutkreislauf reinigen und entgiften und Blut ist die Substanz, die jede Zelle Deines Körpers ernährt und versorgt. Daher ist eine richtige und wirkungsvolle Atmung von überragender Bedeutung für die Erhaltung und Unversehrtheit von jeder Zelle Deines Körpers. Blut beginnt seine Wanderung im Herzen hellrot, sauerstoffreich und voller lebensspendenden Eigenschaften, kehrt dann später matt, blau, sauerstofflos und bar jeder Lebensenergie zurück. Blut wird von dem linken Vorhof in die linke Herzkammer gepumpt, anschließend aus dem Herzen durch die Arterien in die Kapillaren, wo es jede Zelle des Körpers erreicht und versorgt. Auf der Wanderung zurück wird das Blut von den Kapillaren durch die Venen gezogen und in den rechten Vorhof des Herzens hinein. Wenn gefüllt, zieht sich der Vorhof zusammen, zwingt das Blut durch die rechte Herzkammer hinunter in die Lungen, wo es sich verzweigt und in Millionen von haarähnlichen Äderchen und Luftzellen zerstreut, dick genug, um das Blut zu halten, jedoch dünn genug, um das Eindringen von Sauerstoff zu erlauben. Bei der Einatmung kommt Sauerstoff mit dem unreinen Blut in Kontakt und eine chemische Verbrennung findet statt, den Blutkreislauf oxidierend und Kohlensäuregas freisetzend, das während seiner arteriellen Wanderung durch den Körper von den angesammelten Abfallstoffen und Giften gebildet wurde. Beim Einatmen werden Kohlendioxid und andere Gifte vom System verdrängt und das neue, wieder gereinigte Blut, hellrot und sauerstoffreich, wird hinaus zu jeder Zelle des Körpers zurückgepumpt. Solange nicht frische Luft in ausreichender Menge die Lungen erreicht, kann der unreine Strom von venösem Blut nicht gereinigt werden und folglich wird dem Körper nicht nur die Versorgung geraubt, sondern die Abfallstoffe, die zerstört werden sollten, werden dem Kreislauf wieder zugeleitet, vergiften das System und der Tod erfolgt. Bei unreiner Luft verhält es sich genauso, nur in einem geringeren Maße. Wenn jemand eine nicht ausreichende Menge Luft atmet, zeigt es sich auch, dass das Blut nicht ordentlich funktionieren kann und das Ergebnis davon ist, dass der Körper nur mangelhaft versorgt ist und Krankheiten oder ein Zustand unvollkommener Gesundheit auftreten. Ein wenig Betrachtung wird die lebenswichtige Bedeutung der richtigen Atmung aufzeigen. Wenn das Blut nicht vollständig durch den regenerativen Vorgang der Lungen gereinigt ist, kehrt es in einem fehlerhaften Zustand zu den Arterien zurück, mangelhaft gereinigt und unvollständig von den Verschmutzungen befreit, welches auf seiner Wanderung zurück aufgenommen hat. Wenn diese Verschmutzungen in das System zurückgeleitet werden, werden sie sich sicherlich in einer Art der Erkrankung zeigen, entweder einer Blutkrankheit oder einer Krankheit, welche aus der beeinträchtigten Funktionsfähigkeit mangelhaft versorgter Organe oder Gewebe erfolgt. Zitat Ende. Um es einfach zu sagen, Blut ist es, was unsere Billionen Zellen versorgt und uns unser Leben erhält, von Kopf bis Fuß. Das Blut zirkuliert ständig, jeder Zelle lebensenergie spendend. Nach nur einem Kreislauf, vom Herzen zur Arterie, zur Vene und zum Herzen zurück, liest das Blut zahlreiche Verunreinigungen auf, welche zu den Lungenkapillaren transportiert werden, um durch Atmung regeneriert zu werden. Die richtige Atmung reichert unser Blut wieder mit Sauerstoff an und frischt seine Lebenskraft wieder auf, damit der Kreislauf des Lebens ohne langsamen Verfall unvermindert fortgesetzt werden kann. Wenn tatsächlich die Atmungsübungen nach der Methode der Prana-Heilungen fortschreiten und sich die Lungenkapazität erweitert, folgt aus Deiner Fähigkeit, wirksamer Sauerstoff aufzunehmen und Kohlenstoff auszustoßen, ein stetig wachsendes, tägliches Wohlbefinden. Nochmal Yogi Ramacharaka. Es ist daher notwendig, dass eine ausreichende Versorgung von Sauerstoff durch die Lungen gesichert ist. Aus diesem Grund findet man oft schwache Lungen und eine mangelhafte Verdauung gemeinsam vor. Um die wertvolle Bedeutung dieser Aussage zu begreifen, muss man sich gewahr werden, dass der ganze Körper seine Ernährung von dem aufgenommenen Essen erhält und dass eine ungenügende Aufnahme immer gleichbedeutend mit einem mangelhaft ernährten Körper ist. Sogar die Lungen selbst sind für die Versorgung von derselben Quelle abhängig. Und wenn durch mangelhafte Atmung die Aufnahme mangelhaft wird und die Lungen wiederum geschwächt werden, sind sie sogar noch weniger in der Lage, ihre Aufgabe ordentlich zu verrichten und so wird wiederum der Körper weiter geschwächt. Jedes Teilchen des Essens und Trinkens muss vorher mit Sauerstoff angereichert werden, um uns ordentlich zu ernähren und bevor die Abfallstoffe des Systems in den richtigen Zustand reduziert werden, um beseitigt zu werden. Und wenn die Aufnahme nicht normal ist, erhält das System weniger und weniger Nahrung, der Appetit bleibt aus, die Körperkraft sinkt, die Energie verringert sich und der Mensch verkümmert und verkommt. Alles aus Mangel an richtiger Atmung. Das Fehlen von ausreichend Sauerstoff bedeutet mangelhafte Ernährung, mangelhafte Ausscheidung und mangelhafte Gesundheit. Zitat Ende. Unsere Lungen befinden sich im Brustfell der Brusthöhle, voneinander durch Herz, Adern, Luftröhre, linken und rechten Hauptbronchus getrennt. Jeder Lungenflügel ist frei und in jede Richtung unangebunden, mit Ausnahme zur Luftröhre und Herzen hin, mit denen sie über Bronchien, Arterien und Venen verbunden sind. Wenn wir atmen, kommt die Luft durch die Nasenhöhle, wo sie durch Härchen und Nasenschleimhaut gewärmt und gefiltert wird. Die Luft gelangt durch Rachen, Kehlkopf und Luftröhre in die beiden Hauptbronchien, wo sie in Millionen von winzigen Luftzellen in der Lunge unterteilt und zerstreut wird. Luft wird durch das Zwerchfell in die Lunge gezogen, ein langer, kräftiger, flacher Muskel, welcher sich über die Brust erstreckt. Wenn sich das Zwerchfell zusammenzieht, vergrößern sich Brust und Lunge und Luft strömt wie in ein Vakuum hinein. Wenn es sich entspannt, schrumpfen Brust und Lunge und die Luft wird herausgeblasen, wie aus einem Blasebalk. Entspannung und Zusammenziehen des Zwerchfells geschieht unbewusst, wie beim Herzen. Durch Übung und Willen können Yogis es jedoch zu einem halbbewussten Muskel machen. Und wieder Yogi Ramacharaka. Die inneren Organe brauchen ebenfalls ein Training und die Natur hat dafür die richtige Atmung vorgesehen. Das Zwerchfell ist das Hauptinstrument der Natur für dieses innere Training. Seine Bewegung lässt die wichtigsten Organe der Ernährung und Ausscheidung erschwingen, massiert und knetet sie bei jedem Ein- und Ausatmen, treibt Blut in sie, drückt es wieder hinaus und verleiht den Organen eine allgemeine Spannkraft. Irgendein Organ oder Teil des Körpers, welcher nicht ordentlich trainiert wird, verkümmert allmählich und versagt die ordentliche Funktionsfähigkeit. Und Mangel an innerem Training, geleistet von den Bewegungen des Zwerchfells, führt zu Erkrankungen der Organe. Zitat Ende. Es gibt buchstäblich nichts Wesentlicheres für Deine Gesundheit, Lebenskraft und Lebensdauer und Dein Wohlbefinden als Dein Atmen. Du magst mehrere Monate ohne Essen, einige Wochen ohne Wasser überleben, Du wirst aber nicht mehr als einige Minuten ohne Luft überleben. Um genauer zu sein, es ist der Sauerstoff in der Luft, den Dein Körper so dringend und ständig braucht. Nur wenige Minuten ohne Wiederanreicherung des Blutkreislaufs mit Sauerstoff durch regelmäßige Atmung führen zum unverzüglichen und sicheren Tod. Hast Du gewusst, dass 90% unserer Energie vom Sauerstoff kommen und nur 10% von Essen und Wasser? Vor Jahrhunderten enthielt die Luft der Erde weit mehr Sauerstoff. Aufgrund der Umweltverschmutzung, Abholzung und anderer Faktoren atmen wir heutzutage nur rund 19-21% Sauerstoff ein. Forscher haben darüber hinaus aufgezeigt, dass Menschen bei jedem Jahrzehnt des üblichen Alterungsprozesses ungefähr 5% ihrer Lungenkapazität und Spannkraft verlieren, was unmittelbar weniger Sauerstoff bedeutet. Wenn man betrachtet, wie lebensnotwendig Atmen und Sauerstoff für uns und unser Wohlbefinden sind, wäre es dann nicht eine gute Idee, eine tägliche Übung der richtigen und wirkungsvollen tiefen Atmung zu erlernen und auszuüben? Die Yoga-Voll- oder Drei-Phasen-Atmung ist eine der besten Pranayamas, um sie in deinen Tagesablauf einzubauen, da sie die Lunge darauf trainiert, sich vollständig auszudehnen, vollständig zusammenzuziehen und den ganzen Atmungsapparat ordentlich und wirkungsvoll verwendet. Sie verbessert Konzentration, Wachsamkeit und Schlaf, Verdauung, Aufnahme und Ausscheidung, baut Angstzustände, Stress und Ärger ab, baut Kondition auf, erweitert die Lungenkapazität und reichert den Blutkreislauf vollständig mit Sauerstoff an. Beginne damit, jedes bisschen Luft aus deinem Körper auszuatmen, atme dann durch deine Nase ein und fülle so deine Lungen in drei Schritten auf. Erstens, fülle den unteren Teil deiner Lunge auf, indem du langsam und tief einatmest und deinen Bauch nach außen drückst, als ob du soeben eine große Mahlzeit gegessen hättest. Stelle dir eine angebrachte Schnur an deinem Bauchnabel vor, die den Bauch herauszieht, wenn du deine untere Lunge auffüllst. Zweitens, wenn die untere Lunge gefüllt ist, wird sich die mittlere Lunge füllen, was deine Brust nach außen ausdehnen wird, während es den Bauch wieder nach innen ziehen wird. Stelle dir eine zweite Schnur vor, welche an deinem Brustbein zieht, den Brustkorb ausdehnend, während die erste Schnur an deinem Bauchnabel losgelassen wird. Drittens, wenn der mittlere Bereich der Lunge einmal gefüllt ist, wird sich der obere Bereich der Lunge rasch füllen, wie der obere schlanke Teil einer Flasche. Hebe einfach deine Schultern ein wenig, um den letzten Rest an Luft zu erlangen, den du kannst. Halte für eine Sekunde inne, oder für mehrere, wenn du kannst. Atme dann durch den Mund aus, die Bauchmuskeln zusammendrückend, um noch den letzten Rest Kohlenstoff herauszudrücken. Mache diese Übungen mindestens 10 Minuten täglich, jeden Tag, und du wirst viele wesentliche, gewaltige, positive Effekte feststellen. Umgekehrte zirkuläre Atmung oder der Qi-Baustein ist besonders gut geeignet für die Stärkung deiner Rumpfmuskeln zwischen Zwerchfell und Becken und um die Lebensenergie Prana-Chi in den unteren Energiezentren deines Körpers, den Dantian, aufzubauen. Atme zuerst die ganze Luft deiner Lunge aus und drücke deine Bauchmuskeln richtig zusammen, um wirklich das letzte bisschen Luft entweichen zu lassen. Fange nun an, langsam durch die Nase einzuatmen, so tief die Luft in deine Lunge einzuziehen, wie es möglich ist, sie von unten über die Mitte bis oben auffüllend. Anstatt deinen Bauch aufblähen zu lassen, wie bei der traditionellen unteren Atmung, ziehe nun deinen Bauch nach innen zur Wirbelsäule hin, wenn du einatmest. Es gibt einen in der chinesischen Medizin Dantian genannten Vakuumwirbelpunkt hinter deinem Bauchnabel und dies ist der Punkt, welcher eingesogen wird, der Zielort für die eingeatmete Luft und der hauptsächliche Sammelpunkt für Lebensenergie im Körper. Wenn der Einatmungsvorgang einmal abgeschlossen ist, entspanne deine Bauchmuskeln, was deinen Bauch voll Luft füllen wird, und atme dann langsam aus deinem Mund aus. Wenn du den Vorgang des Ausatmens entspannst, trainierst und verlängerst, wird es ein Geräusch aus der Kehle geben, wie das Schnurren einer Katze oder Darth Vader aus dem Film Star Wars, wenn er mit aufgesetzter Maske atmet. Dies ist das Geräusch der pranischen Qigong-Meeresatmung, welches ich im Video ein wenig lauter gemacht habe, damit man es besser hören kann. Ujjayi Pranayama oder Meeresatmung ist eine sehr wichtige zu beherrschende Methode der tiefen Atmung, weil sie so oft in Verbindung mit anderen Atmungen wie der Yoga-Vollatmung oder der umgekehrten zirkulären Atmung angewandt wird. Die Ujjayi-Meeresatmung wärmt die eingeatmete Luft auf und verlangsamt sie, um eine sichere, vollständige Lungenausdehnung und eine optimale Sauerstoffversorgung zuzulassen. Die erzeugte Wärme hilft beim Abbau von Giften und baut eine innere Verbrennung auf, verbessert Verdauungs- und Nervensystem, lockt eine Entspannungsreaktion hervor und beseitigt Schleim in der Kehle. So, für das Oceane-Breathen muss man einen Geräusch machen, wie... und zu tun, es ist wie, wie du es mit deinem Mund öffnen, wie das. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh So you can start it with your mouth open just to practice. Everybody can do this. Then close your mouth. And that's called Ujjayi breathing, ocean breathing, cat purring, Darth Vader breathing, whatever you want to call it. Das Meeresgeräusch kommt von dem Stimmlippenapparat, welcher schnell gegen die Stimmbänder schlägt und sich wie ein Regler verhält, sodass du deine Atemzüge drastisch verlangsamen und vertiefen kannst. Die Nadi Reinigungsatmung oder Wechselatmung ist eine der besten Methoden, um deine Nasennebenhöhlen zu leeren, wenn du Allergien, Erkältungen, eine verstopfte oder laufende Nase, Schnarchen, Asthma oder andere Atmungsprobleme hast. Atme langsam und tief durch das linke Nasenloch in den Bauch ein, während du das rechte zuhältst. Dann halte das linke Nasenloch zu und stoße den gesamten Atem ziemlich kräftig aus deinem rechten Nasenloch aus. Spanne deine Rumpfmuskeln zwischen Zwerchfell und Becken an, um das letzte bisschen Luft hinaus zu drängen. Halte dein linkes Nasenloch weiterhin zu, atme durch das rechte ein und dann durch das linke aus und fahre in dieser Weise immer hin und her abwechselnd damit fort. Die Wechselatmung baut Stress ab und Energie auf und macht die Nasennebenhöhlen leer, reinigt die Lunge, steigert den Sauerstoffgehalt des Blutes, verbessert den Schlaf, beruhigt den Geist und die Gefühlswelt und verbessert wissenschaftlich erwiesen die Gehirnsatze. Wenn die Methode in Verbindung mit einem Neti-Kännchen und Wasser angewandt wird, ist es wie ein vollständiger Einlauf für deinen Kopf bzw. deine Nasennebenhöhlen. Die yogische Reinigungsatmung ist die vollkommene Entgiftungsatmung für Tabakraucher und jeden mit chronischen Atmungsproblemen und Mundgeruch. Ich persönlich rauchte von meinem 18. bis 26. Lebensjahr Zigaretten und mit dem täglichen Training von Pranayama zu beginnen, brachte mich leicht und mühelos für immer vom Tabakkonsum ab. Alle Suchtexperten sind sich einig, dass du ein neues positives Hobby oder Beschäftigung brauchst, um deine alten negativen Angewohnheiten zu ersetzen. Und was wäre bezüglich einer Abhängigkeit vom Rauchen, eine ungesunde Atmungsaktivität, zweckdienlicher und vorteilhafter als eine neue, gesunde Atmungsaktivität wie die tiefe Atmung? Innerhalb Wochen seit Beginn meiner täglichen Routine wurde ich empfindsam genug, um die negative Wirkung von nur einer Zigarette am Tag wahrzunehmen. Ich steigerte langsam mein Pranayama und reduzierte mein Rauchen, bewusst meine Gesundheit verbessernd, meine Lunge erweiternd und entgiftend, bis die Angewohnheit des Rauchens so kontraproduktiv wurde, bis ich wirklich nicht mehr rauchen wollte. Um die yogische Reinigungsatmung auszuführen, setze, stehe oder lege dich zuerst mit gerader Wirbelsäule und atme langsam und tief durch die Nase ein, bis deine Lunge gefüllt ist. Bilde nun ein O mit deinem Mund und atme in drei oder vier raschen Stößen die Luft hinaus, das letzte bisschen durch das Spannen der Bauchmuskeln hinausdrückend. Die Pranayama-Feueratmung entgiftet und reinigt den gesamten Blutkreislauf, welcher wiederum jede Zelle deines Körpers versorgt. Sie verbessert die Verdauung, hilft die Schleimabsonderung sowie die Drüsen- und Nervensysteme zu regulieren, verbessert die Lebensenergie und die Lungenkapazität, drängt Kohlendioxid und andere gelagerte Gifte hinaus und ist ein hervorragendes Bauchmuskeltraining zur Stärkung des Rumpfes. Um die Feueratmung auszuführen, setze, stehe oder lege dich mit gerader Wirbelsäule hin und atme die ganze Luft deiner Lunge aus. Ziehe dann mit einem kräftigen zweiten Stoß deine Bauchmuskeln eng zusammen und atme aus der Nase aus. Ein leichter Vakuum-Effekt wird automatisch und unwillkürlich nach jedem Ausatmen eine kleine Menge Luft einatmen, was es dir nach einigem Training gestattet, minutenlang mit dieser Übung fortzufahren. Fange mit einsekündigem Ausatmen für ungefähr eine Minute an und arbeite dich dann an schnellere Atemzüge und längere Sitzungen heran. Wenn du dich schlecht, schwindelig oder benommen fühlst, höre augenblicklich auf und nehme einige tiefe Atemzüge. Chitali Pranayama Chitali Pranayama oder die Kühlungsatmung sollte nur sparsam in Situationen angewendet werden, in welchen sich der Körper überhitzt anfühlt. Indem du deine Zunge rollst und durch den Mund einatmest, wie im Video gezeigt, wirst du eine kühlende Luft wahrnehmen, wenn du einatmest. Mehrere Minuten dieser Atmung wird Erschöpfung durch Hitze beheben und den Körper von innen heraus abkühlen. Es ist sehr wichtig festzuhalten, dass Mundatmung etwas vollkommen zu vermeidendes ist, außer in extremen Umständen, in denen die Nasengänge verstopft sind oder du vor Mangel an Sauerstoff nach Luft ringst. Die Mundatmung ist unmittelbar verantwortlich für viele ansteckende Krankheiten, wie Erkältung und Schleimhautentzündung. Experimente wurden an hunderten Soldaten und Seeleuten ausgeführt, zeigend, dass diejenigen, welche mit offenem Mund schliefen, sehr viel anfälliger dafür waren, krank zu werden und sich ansteckende Krankheiten zuzuziehen, als jene, die ordentlich durch ihre Nasendöcher atmeten. Während eines Experiments der Marine brach eine Pockenepidemie aus, in vielen Toten unter den Mundatmern resultierend, jedoch wurde nicht ein einziger Nasenatmer krank. Nochmal Yogi Ramacharaka aus die Wissenschaft des Atmens. Die Atmungsorgane haben ihre einzige Schutzausrüstung, Filter oder Staubfänger in den Nasenlöchern. Wenn die Atmung durch den Mund geschieht, gibt es zwischen Mund und Lunge nichts, um die Luft zu sieben oder den Staub und andere Fremdkörper in der Luft abzufangen. Zusätzlich führt solch eine verkehrte Atmung den Organen kalte Luft zu, welche sie beeinträchtigt. Entzündungen der Atmungsorgane sind oft das Ergebnis des Einatmens von kalter Luft durch den Mund. Der nachts durch den Mund atmende Mensch wacht stets mit einem ausgetrockneten Gefühl im Mund und einer Trockenheit in der Kehle auf. Er missachtet eines der Naturgesetze und bereitet somit eine Erkrankung den Boden. Andererseits zeigen Nasendöcher und Nasengänge diesbezüglich eine bewusste sorgfältige Gestaltung von Mutter Natur. Die Nasendöcher sind zwei schmale gewundene Kanäle, zahlreiche borstige Härchen enthaltend, welche dem Zweck eines Filters oder Siebes dienen, um die Luft von den Unreinheiten usw. zu befreien, die hinausgestoßen werden, wenn ausgeatmet wird. Nicht nur dienen die Nasenlöcher diesem wichtigen Zweck, sie verrichten auch die wichtige Aufgabe der Aufwärmung der eingeatmeten Luft. Die langen, schmalen, gewundenen Nasenlöcher sind mit einer warmen Schleimhaut ausgestattet, welche die eingeatmete Luft aufwärmt, sodass sie bei den empfindlichen Organen der Kehle oder der Lunge keinen Schaden verursachen kann. Zitat Ende 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 Zitat Ende